Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Wochenausblick für die kommende Woche. Wir schauen uns wie immer einerseits die Stockmärkte an, natürlich auch die Kryptomärkte und auch ein bisschen die Forex-Märkte und auch die News nächste Woche werden wieder deutlich interessanter werden. Wir haben Mittwoch und Donnerstag einige News, die auf uns zukommen und die Woche drauf ist dann schon wieder Fett-Zinsentscheid. Also auch da wird es dann jetzt langsam eng, aber da werden wir uns nächste Woche dann mal genauer drauf ausschauen halten. Und ja, schauen wir mal, was nächste Woche so ansteht, was wir eventuell für Trades auch eingehen können. All das werden wir jetzt in den nächsten 10-15 Minuten auf jeden Fall besprechen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News, Signale etc. kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten for free in der Videobeschreibung. Gestern kam auch noch die neue Podcast-Folge online, also zieht euch die auch gerne rein. Und weiterhin gibt es natürlich die BingX-Aktion, dass ihr euch, wenn ihr 100 USDT einzahlt, 50 USDT an FreeTrades holen könnt. Ihr müsst die 100 USDT nicht nutzen. Ihr könnt im Endeffekt dann mit den FreeTrades die Börse dann einfach mal austesten. Auch hierzu findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. So, und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die Analyse und fangen natürlich wie immer an mit dem DXY, also mit dem US-Dollar. Und der hat in den letzten Tagen, Wochen deutlich zugelegt. Also hier seit 13. Juli sind wir ganz klar in einer Aufwärtsbewegung, die jetzt aber möglicherweise nächste Woche etwas ins Stocken geraten könnte. Ihr seht schon hier diese Widerstandszone. Ihr seht auch hier schon so die leichte Andeutung eines Setups, was ich aber sehr, sehr wahrscheinlich noch ein bisschen weiter höher ziehen werde. Das heißt, hier oben diese Widerstandszone bei 105,7 US-Dollar. Das ist unser massiver Widerstand, das erste Mal bis 106 US-Dollar. Da müssen wir jetzt erst einmal drüber kommen. Grundsätzlich, wir haben tiefere Tiefs gebildet. Also wir haben grundsätzlich jetzt erst einmal ein höheres Hoch. Wichtig ist aber für mich hier oben einfach diese 106 US-Dollar-Marke. Schaffen wir es hier drüber. Mit einem Daily Close nächste Woche sieht es ganz, ganz gut aus, dass wir dann hier die Bestätigung gehen und weiterhin mindestens hier sogar in Richtung 110 US-Dollar steigen könnten. Das ist auch erstmal so mein grundsätzlich bullischstes Ziel für den Markt und würde auch so meine Grundstimmung an sich etwas nochmal bestärken. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten. Wir kommen jetzt hier in massiven Widerstand. Wir haben einen enorm hohen RSI. Wir hatten diese Woche schon mal so einen kleinen Einbruch gehabt, der aber dann wiederum nicht ausgereicht und die XY einfach weiterhin nach oben gestiegen ist. Also momentan, man merkt es an den Kryptomärkten, man merkt es an den Stockmärkten, geht es ein bisschen bergab. Hat natürlich auch mit einem starken Dollar zu tun, kann sich aber dann im Laufe der Woche dann hier oben eben in diesem Widerstandsbereich dann erst einmal zumindest zu einer kleinen Korrektur wieder aufschwingen. Sollte diese Korrektur kommen in diesem Bereich, gehe ich stark davon aus, dass wir hier mindestens nochmal in Richtung 102 oder 103 US-Dollar runtergehen. Dann hier nochmal diesen Support bestätigen und dann einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Gehen wir rüber zum Euro gegenüber US-Dollar. Auch hier wichtige Meldung. Ich habe jetzt mal einen Short geschlossen, den wir hier oben damals aufgemacht haben. Also ihr seht hier oben, das war Punktlandung im Endeffekt gewesen. Ich habe mir zugemacht, einerseits natürlich auch wegen den Gebühren, andererseits, weil ich davon ausgehe, dass wir eben beim DXY jetzt in den Widerstandsbereich kommen und wir hier eben beim Euro-US-Dollar in einen dickeren Supportbereich gehen. Ihr seht auch hier schon die erste Andeutung eines Setups, was ich hier schon momentan drin habe. Müssen wir aber erst nochmal ein bisschen abwarten, wie sich jetzt der Markt generell so ein bisschen verhält. Grundsätzlich müssen wir auch sagen, wir sind hier immer noch in einer Aufwärtsbewegung, denn dieses Tief hier unten wurde noch nicht durchbrochen. Also wir haben genau auf diesen Tiefpunkt geschlossen, beziehungsweise hier nochmal ganz kurz angedippt. Da wird es ganz, ganz interessant sein nächste Woche, wie wir eben uns hier in diesem Bereich verhalten. Sollten wir hier im Endeffekt nur ganz kurz die Liquidität abgreifen, drüber schließen, ist es ein bullisches Zeichen. Und dann gehe ich erst einmal davon aus, dass wir zumindest mal eine Erholung in Richtung 1,085 US-Dollar sehen oder Euro sehen. Und dann müssen wir einfach weiterschauen. Also eine Long ist hier eher geplant. Wie gesagt, der Short ist jetzt zu, den könnt ihr dann auch am Montag oder ich weiß nicht, ich glaube BingX-Wochenende, nee, hat auch zu. Könnt ihr dann am Montag im Endeffekt schließen. Aber das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Plan, wie ich jetzt weiter vorgehen würde. Würde ich aber dann, wie gesagt, nochmal alles in eine Telegram-Talken-Signalgruppe reinpinnen, beziehungsweise posten. Je nachdem, wie wir eben hier dann im Endeffekt traden. Aber wenn sich so meine Dinge bestärkt, wo wir eben jetzt gerade beim DXY darüber gesprochen haben, dass wir jetzt hier in den Widerstandsbereich kommen, ist es eben sehr, sehr gut möglich, dass wir im Endeffekt genau die Gegenbewegung dann natürlich auch beim Euro sehen. Dass der Euro sich jetzt hier erstmal fängt und zumindest eine leichte Gegenbewegung bis 1,085 oder Maximum 1,09 hier findet. Weil wir hier oben dann eben die nächste auf Daily-Sicht Supply-Zone haben. Also das sind die nächsten Widerstands-Zone. Da müssen wir dann mal gucken, wie sich der Markt verhält und dann gegebenenfalls eine neue Short-Position aufbauen. Aber wie gesagt, das muss man in den nächsten Tagen gucken, wie eben der DXY sich weiterhin an den Widerstands-Zonen verhält oder ob wir hier einen Durchbruch bekommen. So, gehen wir rüber zu den traditionellen Märkten. Hier hatten wir eine ordentlich bearish-Woche diese Woche. Also Dow Jones, erst einmal hier am Golden Pocket rejected worden im Laufe der Woche. Also auch hier hat sich der Short ordentlich oder hätte sich ein Short rentiert, bin ich aber nicht rein. Eher ich bin in den SPX und NDX rein, dazu kommen wir gleich nochmal. Ansonsten, wir haben kein tieferes Tief hier gebildet. Das macht mich immer noch so ein bisschen stutzig und das ist das, was es momentan immer noch so ein bisschen schwer macht. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wir haben am Mittwoch im Livestream darüber gesprochen, dass es ganz, ganz stark darauf ankommen wird, wie sich jetzt die Märkte im Endeffekt verhalten. Wenn die traditionellen Stockmärkte ordentlich einbrechen und ein tieferes Tief bilden, sieht es absolut bearish aus. So, jetzt hatten wir hier im Endeffekt die Bewegung in das Golden Pocket, erst einmal bearish. Wir haben aber kein tieferes Tief gebildet und das ist eben genau dieser entscheidende Punkt, warum man noch nicht komplett hier bearish sein sollte. Grundsätzlich, kurzfristig, das haben wir hier oben darüber gesprochen, bearish as fuck, weil die Märkte einfach überhitzt waren. Aber momentan sind wir jetzt einfach hier in so einer Phase, wo sich jetzt die Richtung entscheiden wird in den nächsten Wochen. Ich gehe weiterhin eher davon aus, dass wir sinkende Kurse sehen, vor allem in den Stockmärkten. Auch wegen der FED, wegen dem FED-Zinsentscheid dann nächste Woche, übernächste Woche, müssen wir das mal ein bisschen im Blick behalten. Aber so an sich gibt es hier momentan eigentlich beim Dow Jones wenig zu traden, meiner Meinung nach. Also kein tieferes Tief, das heißt grundsätzlich sind wir immer noch Bullish, wurden aber hier jetzt erst einmal mit einem tieferen Hoch rejected und jetzt ist eben hier gerade ein bisschen Seitwärtsphase. Also da gibt es für mich momentan keine Setups, auf die wir erst einmal achten sollten. Gehen wir rüber zum SPX. Hier läuft bereits der Short, weil hoch muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz zeigen, warum, wieso, weshalb. Wir hatten hier am Ende, das muss ich mal wegmachen, so. Brauche hier mal einen gescheiten Chart. So, ziehen wir das FIP nochmal ganz neu. Also auch hier sind wir im Golden Pocket rejected. Wir haben es ganz knapp nur noch ans 0,786er geschafft. Das war für mich der Short Entry. Daraufhin jetzt erstmal Profite genommen. Und hier sind wir minimal, sage ich mal, sogar ein bisschen zurück, was den Dow Jones anbelangt. Wenn ihr euch jetzt gerade erinnert, Dow Jones nochmal, einfach nochmal angucken. Da sind wir schon runter vom Ding und versuchen uns jetzt hier schon wieder zu erholen. Beim SPX sind wir gerade noch so dabei, uns hier wieder zu fangen. Also auch hier bearish grundsätzlich, weil wir eben im Golden Pocket rejected worden sind. Wir haben ein tieferes Hoch gebildet. Aber so richtig Schwung kam da auch noch nicht rein. Deswegen ist der Short jetzt auch hier wieder abgesichert mit Stop Loss Entry. Warte hier jetzt erstmal so ein bisschen auf Seitenlinie ab. Hier wird es jetzt auch ganz stark darauf ankommen. Wie jetzt die nächste Woche ist, wird der Dollar rejected. Das heißt, da wo wir eben gerade angeguckt haben, dass der Dollar wieder fällt, rechne ich ganz stark damit, dass sogar auch die Stockmärkte sich noch einmal erholen werden. Und dann könnte auch der SPX Maximum hier oben vielleicht nochmal seine 4573 Punkte, also hier wo das Gap ist, noch einmal füllen. Und dann müssen wir nochmal ganz stark drauf schauen, wie dann eben hier oben die Reaktion ist. Sollte sich der Trend weiter fortsetzen, ist dann eben hier das nächste Ziel, dass wir erst einmal das Tief hier unten testen. Dann schließen wir drunter, ist es absolut bearish und dann können wir auch in den kommenden Tagen, sollte das dann der Fall sein, im Endeffekt hier auch nochmal einen neuen Short Trade eingehen. Das hat dann im Endeffekt hier zu suchen, wir kriegen ein tieferes Tief. Dann könnten wir hier auch nochmal im besten Fall diese bearische Reaktion hier oben bei dem 4.450 grob einfach auch nochmal sehen. Also das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Plan momentan. Keine weiteren Trades geplant, weil es hier einfach derzeit nichts wirklich gibt, wo man jetzt sagen würde, okay, hier jetzt nochmal ein Trade reinzugehen. Wir müssen abwarten, wie sich die Märkte im Endeffekt entscheiden. Entweder dieser Pump hier hoch auf 4.570 oder wir kriegen hier endlich unser tieferes Tief. Und dann gehe ich aber ganz stark davon aus, dass wir mindestens in den nächsten Wochen nochmal Richtung 4.200 Punkte runtergehen. Und dann im Endeffekt diese Range, die wir hier hatten, diesen fetten, fetten Widerstand, den wir vorher da hatten, auch nochmal als Support testen. Weil das ist bisher ausgeblieben und könnte dann im Endeffekt in den nächsten Wochen noch einmal folgen. Schauen wir uns den NDX an. Auch hier haben wir unsere bearische Bewegung bekommen. Nicht so stark wie beim S&P 500. Wir sind noch nicht ins Golden Pocket hier unten reingekommen. Also auch hier momentan nichts wirklich, wo ich sagen würde, jetzt nochmal in den Trade reinzugehen. Wir müssen hier wirklich abwarten, wie ist die nächste Reaktion. Kriegen wir den Hit hier unten ins Golden Pocket rein. Passt der Airside an, dann könnte man hier sogar nochmal eine Long überlegen für eine potenzielle Gegenbewegung. Aber momentan ist es hier auch extrem schwer. Ich bin, wie gesagt, davon überzeugt, dass wir deutlich tiefere Märkte noch einmal im Laufe des Jahres sehen. Auch wenn wir uns das jetzt hier anschauen, sind wir auch hier nur bis zum 0,786er gekommen. Also das heißt, wir haben hier diese bearische Struktur vorgegeben, was für die nächsten Wochen uns dann nochmal deutlich tiefer ziehen könnte. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass eben hier, wir haben letzte Woche glaube ich mal drüber gesprochen am Montag, oder ich glaube im Livestream war das, dass ich hier davon ausgehe, dass wir den Nasdaq zwischen 13.600 und 13.900 Punkten noch einmal sehen. Dafür muss natürlich bearische Bewegung reinkommen. Und diese bearische Bewegung könnte nächste Woche im Endeffekt ab Mittwoch Donnerstag starten. Hierzu habe ich uns mal bei Investing die besten News rausgesucht. Und zwar haben wir ab Mittwoch, geht es dann los, haben wir Verbraucherpreise, also VPI-Daten. Am Mittwoch, Kernrate wird hier extrem spannend sein, wie diese ausfällt. Wir haben eine Prognose von 4,3%, vorher waren es 4,7%, also man geht hier deutlich, deutlich von niedrigeren Kernrate aus. Was mich wundert, was aber natürlich auch die Märkte deutlich unter Druck setzen könnte, natürlich haben wir auch noch die VPI-Daten für das Jahr, letzten Monat 3,2%. Man geht hier jetzt von deutlich steigenden VPI-Daten von 3,6%, also auch hier sollte deutlich mehr Bewegung am Mittwoch reinkommen. Ansonsten Mittwoch nicht wirklich viel Rohöl-Lagerbestände, brauchen wir uns jetzt nicht so wirklich mit ansetzen. Und am Donnerstag folgen dann Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe und die Erzeugerpreise kommen auch noch und die Einzelhandelsumsätze auch noch. Also Mittwoch, Donnerstag könnten die entscheidenden Tage werden, Montag, Dienstag, dass sich der Dollar erstmal seinen Weg widmet, würde ich erstmal sagen. Und dann Mittwoch, Donnerstag, dass wir dann deutlich mehr Bewegung sehen und dann wird es darauf ankommen, wie sind die Zahlen, sind die Zahlen positiv. Dann können wir uns hier erstmal die Korrektur abschminken und werden dann wahrscheinlich diese um eine Woche verschieben auf den Fettzinsentscheid. Ansonsten sollten die beschissen sein, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir nächste Woche einen deutlichen Drawdown nach unten hinkriegen und auch ein Nasdaq hier Richtung 14.500 Punkte auf jeden Fall sehen könnten. Und damit auch das tiefere Tief einleiten und dann wären wir bei der gleichen Konstellation, wie wir es eben gerade beim SPX hatten. Tieferes Tief, dann nochmal diese Gegenkorrektur wieder möglicherweise ins Golden Pocket und dann eben diesen dritten, finalen, letzten Abverkauf. Das kann sich über Wochen ziehen, das muss sich alles nächste Woche passieren, was ich auch nicht glaube. Aber so die nächsten, ich sage jetzt mal Oktober, November könnten noch einmal kritische Monate werden für uns. So, gehen wir rüber zum DAX. Hier tue ich mir momentan extrem schwer. Also der DAX hat momentan überhaupt keine richtige Chartstruktur, meiner Meinung nach. Ihr könnt euch daran erinnern, wir haben, boah, das ist schon wochenlang her, oder? Wir müssen mal zurückgehen, August. Ja, kurz vor meinem Urlaub haben wir ja schon darüber gesprochen, dass ich hier eigentlich ins Golden Pocket rein möchte. Ihr seht hier immer noch das Setup, wo wir darüber gesprochen haben. Daran hat sich auch nichts geändert, aber der DAX macht einfach momentan nicht das, was die US-Indizes machen. Deswegen bleibe ich dabei. Wenn es bullish ist, dann möchte ich hier auf jeden Fall nochmal diesen Konter sehen ins Golden Pocket, beziehungsweise hier oben dieses Gap füllen. Aber ansonsten gibt es hier momentan nichts Tradepares, meiner Meinung nach. Wir haben kein tieferes Tiefgebilde. Wir sind einfach momentan in einer übergeordneten, sehr, sehr großen Seitwärtsphase. Also wenn wir uns das mal hier angucken und hier einfach mal so eine kleine Range ziehen, ist jetzt nicht die Muster-Range, aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hier einfach eine wochenlange oder monatelange von Mai bis jetzt ungefähr, haben wir einfach eine komplette Seitwärtsphase. Also da tut sich gar nichts. Trade-technisch ist das Setup von vor drei Wochen einfach immer noch aktuell. Short ist hier oben geplant in Richtung 16.200 Punkte und der Stop-Loss über unser All-Time-High. Mehr hat sich daran nichts geändert, deswegen brauchen wir uns hier nicht länger darauf aufhalten. Gehen wir rüber zum Goldmarkt. Auch hier hat sich ein bisschen was getan. Endlich mal, ich sag jetzt mal, zwei Take-Profits abgeholt von dem Long, den wir hier unten dann mal aufgebaut hatten, beziehungsweise schon länger aufgebaut hatten. Auch hier Stop-Loss-Entry ist immer noch offen. 1.910 ist Entry. Wir haben hier oben dieses Level, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, gehittet. Wurde Widerstand eingeläutet. Leider kein Short gemacht, weil ich gehofft habe, dass wir uns diesen Wic hier oben noch holen. Sollte wieder nicht so sein, aber gut, ist halt im Endeffekt so. Also hier müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen drauf abwarten, wie jetzt im Endeffekt die nächste Woche ist. Haben wir einen starken Dollar, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir mindestens hier das Golden Pocket auf jeden Fall nochmal hitten oder sogar hier runter bis zum 0,786er gehen. Das heißt, unser Trade wäre ausgestoppt. Wir müssen uns neue Strukturen gucken. Aber ich sag mal so, hier unten die Marke bei 1.900 US-Dollar wäre immer noch okay, um hier eine nachhaltige Trendwende zu sehen. Also das müssen wir mal... Ich hoffe, das Mikro ist an, Alter. Dachte schon. Das sind so momentan weiterhin so die Contra-Level, die ich auf jeden Fall im Blick habe. Ich bin hier weiterhin grundsätzlich bullish. Und vor allem, wenn wir jetzt im Endeffekt diesen Hit beim DXY kriegen, also beim US-Dollar, dass wir hier eine bearische Struktur plötzlich kriegen, könnte das hier immer noch Gold absoluter Renner werden. Aber wie gesagt, zwei Take-Profits abgeholt. Ich warte jetzt hier erstmal noch ab. Wenn der jetzt ausgestoppt wird, dann ist es so. Neue Entries sind so hier eben in diesem Bereich hier unten zwischen Golden Pocket und 0,786er geplant zumindest jetzt erstmal vorerst. Und da müssen wir dann jetzt mal gucken, wie sich das Ganze ausgibt. Außerdem, wenn wir jetzt mal hier auf den RSI, auf den Daily gucken, könnte es auch sehr, sehr gut passen, dass wir hier nochmal ein tieferes Tief reinkriegen. Gleichzeitig hätten wir aber ein höheres Tief im RSI. Also wir hätten eine Bullish Divergence hier vorliegen. Würde auch sehr, sehr gut passen, um hier dann endlich mal eine Trendwende zu kriegen. Zumindest in dem Bereich der 1.980 US. Aber an sich, wenn wir das jetzt auch wieder so ein bisschen Range-mäßig sehen, tut sich hier seit Mai, ja doch, seit Mai, genauso wie beim DAX im Endeffekt sehr, sehr wenig. Wir haben hier ziemlich die gleiche Struktur wie beim DAX-Zeitwatzphase, nur dass bei Gold halt die Range einfach ein bisschen größer ist derzeit. So, dann gehen wir jetzt schon rüber zum Bitcoin. Also Bitcoin, nachdem wir jetzt durch sind mit den traditionellen Märkten, gehen wir jetzt rüber zu Bitcoin. Was tut sich hier? Im Endeffekt nicht sonderlich viel. Wir haben gestern drüber gesprochen im Morgen-Update, dass wir hier diesen Pump hatten. Dieser hat leider auch nicht mehr dieses Ziel hier oben erreicht, also wurde sofort wieder abverkauft. Vom Grundsatz her ist es fast 1 zu 1 die gleiche Struktur gewesen, wie wir hier drüben hatten, wo MicroStrategy die, in Anführungszeichen, Klage gegen die SEC gewonnen hat, zumindest zu teilen. Also auch hier befinden wir uns weiterhin in der Seitwärtsphase. Ich hoffe natürlich weiterhin, dass sich immer noch dieser Bereich hier oben abgeholt wird, zwischen 26,8 und 27,2, um dann nochmal einen finalen Abverkauf mindestens in Richtung 24 bzw. 23,5 zu sehen. Ansonsten sehen wir natürlich weiterhin die 20.000 US-Dollar-Marke immer noch als so längerfristiges Ziel, wo ich immer noch so ein bisschen im Blick habe. Aber wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmelodie. Ansonsten tut sich hier relativ wenig derzeit. Schauen wir uns da morgen nochmal in Ruhe an zum Morgen-Update. Aber an dieser Formation hat sich nichts geändert. 26,8, 27,2, das ist die Zone, die ich eigentlich sehen würden, wollen würde, um dann, sage ich mal, hier nochmal einen Short reinzuknallen. Und ansonsten gibt es von meiner Seite aus nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, gut vorbereitet für die nächste Woche. Also wie gesagt, Mittwoch, Donnerstag, VPI-Daten und Erzeugerpreise etc. am Donnerstag dann. und schauen wir mal, was der Dollar macht, weil der wird nächste Woche noch entscheidend werden. Ansonsten, Like da lassen, Abo da lassen. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Samstagmorgen bzw. in den Samstag hinein. Wir hören uns morgen früh wieder zu einem Update-Video. Genießt den Tag. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto. Ciao.